hallo und willkommen zu meinem ersten let's play mein name ist winder auch wenn mein youtube-account auch in Kalkus heißt lasst euch davon nicht irritieren ich let's play hier Dark Fall das Journal des Geistsehers dazu wie gesagt sein das ist kein Actionspiel oder so irgend sowas ist ein Spiel für das man Geduld braucht ein Rätselspiel sozusagen es wird auch viel vor ich werde auch viel vorlesen also falls sie mich jemand fühlt hier wie in einem Spiel ist kann ruhig doch durchaus passieren also jeder der hier Action will wie bei was weiß ich Halo oder Skyrim oder sonst was der ist hier falsch das hier ist etwas geduldiges gut dann fangen wir einmal an neues spiel message one if there pick up it's me your brother was hoping you were going to be in I needed you to be in I know what you're thinking you're thinking only of the phones when there's something wrong or something is wrong very wrong I'm still in Dorset I'm not the only one here there's two students from Weymouth University Polly and Nigel ghost hunters would you believe well I didn't believe I do now I need you to I need you to come here I would go to the police but well they'd laugh in my face ghost hunters I think whatever they were hunting's found them I think it's found me too please help you always good for things like this if you leave now you can catch the late train from Paddington to Weymouth from Weymouth get a cab come to Dowerton station it's abandoned and it's abandoned you can catch the late train from Paddington to Weymouth I'll be waiting I really need your help on this the sooner you can get here the better this place is really beginning to freak me out I tried to find Polly or Nigel earlier and I couldn't find them any anywhere they wouldn't just leave this all started a few days ago it was when I can hear it I can hear it it's right outside the door whispering it's whispering my name it knows my name I've got to open the door I've got to open the door oh good you're awake we're in the tunnel the train tunnel just in case you were wondering where we are why don't you have a look around but don't go too far not just yet I have a lot to tell you gut also für alle die dem englischen nicht mächtig sind und lesefaul waren gerade eben ich spiele hier eine Person deren Bruder hier in einem verlassenen Bahnhof mit zwei Geisterjägern war und er sagt was auch immer sie gejagt haben es hat sie gefunden und ich glaube es hat auch ihn gefunden er will sich hier mit mir treffen und jetzt hat hier gerade irgendjemand mit mir gesprochen sehen wir uns mal um nah kannst du mich sehen wir finden warum später aber für heute kann ich dich sehen das ist alles was wichtig gut wir reden hier also mit einem Geist den wir nicht sehen können gut zu wissen also der Geist lässt uns nicht in die andere Richtung hier kann ich sogar noch vorlesen was hier steht nein nicht daran dieser tun ist eine halbe meile lang dafür ist keine zeit gehen sie in die andere Richtung gut eine halbe meile lang wollen wir uns jetzt nicht aufhalten gehen wir gerade aus du bist aus London, nicht wahr? wir kamen aus London ein paar Jahre vorhin, in 1941 der Doktor sagte, dass wir es sollten der Luft für mich und mein Vater war schlecht für mich oder mein Vater wir haben Probleme oder was hey, wir gehen weiter, bitte? gut, jetzt hat uns der Geist gerade etwas von sich erzählt nämlich, dass er 41 hier aus London mit seiner Familie hergezogen ist wegen der schlechten Luft ich kann die anderen auch sehen also vielleicht kann ich dir helfen ich denke, die anderen auch du Wimper sein kannst du helfen ich will das ihr Bruder nicht? er ist der neue Bruder nur hat er er hat sich ein bisschen verstanden ich war das erst aber du musst daran ich bin es Tim, btw Timothy Pike ich würde wie es oder an der footbridge ich bin ich würde es kurz verraten aber es gibt keine Trains nicht jetzt aber listen Es wird mich töten, wenn du weißt, was ich meine. Auf jeden Fall, wir holen dich aus diesem Tunnel. Du hattest dich. Wenn du wahrscheinlich nicht mit uns reden, lesen wir uns einfach mal diesen Zeitungsbericht durch. Von der Dorchester Messenger, wöchentliche Neuausgabe. Sechs aus Hotel verschwunden. Besitzer wird gesucht. Die Polizei steht im Fall der sechs Verschwundenen vor einem Rätsel. Laut eigener Verlautbarung gehen die Gesetzeshüter von einer direkten Beteiligung des Hotelbesitzers George Crabtie aus. Alexander Robert, Arzt der Gemeinde Dauerten, sagt aus, er habe diesen seit Monaten starke Schlaf- und Berührungsmittel. Äh, hier fehlt eine Zeile, oder? Ja. Einwohner des Ortes glauben nicht, dass andere von, anderen von Crabtie Gefahr drohte, gehen aber davon, geben aber zu, dass er sich in jüngster Zeit merkwürdig verhalten habe. Er hatte schon immer nicht alle beisammen, meinte Metzger Bertie Jones. Eine Fotopaufnahme von Crabtie wird, ja gut, wird nix. Sonst haben wir hier nix. Gehen wir weiter geradeaus. Siehst? Wir sind jetzt nahe der Station. Sie werden nicht immer so sagen. Sie ist schmerz und beschäftigt, aber voll mit Leuten. Ich denke, sie haben es geblieben. Ich erinnere mich nicht, warum. Ich erinnere mich nicht mehr. Nicht sogar den Weg nach. Aber vielleicht kannst du mir mit dem helfen. Gut, also, Timothy hat uns gerade erzählt, wie es hier ein bisschen früher war und hofft, wir können ihm helfen. Naja, das hoffe ich auch. Einfach mal weiter. 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 Gut, jetzt will er, dass wir da oben rechts hochklettern. Das machen wir doch glatt mal. Das ist alles. Das ist, wo du kannst du anfangen. Öffne die Tür. So, jetzt will er, dass wir hier die Tür aufmachen. Es ist ein Schuss in front of you. Pull it. Es ist Zeit, dass dieses Ort ein bisschen mehr Licht hat. Don't you think? Gut, wir sollen hier... Ah, hier. Licht anmachen. So, jetzt haben wir das Hotel auch wieder... Er sagt, ich habe gesagt, dieser Bahnhof. Aber hier habe ich gerade Hotel gelesen. Äh, wieder Strom. Hier liegen Werkzeuge rum, aber da kann ich nichts nehmen. Gut, dann gehen wir wieder raus. Hui, gehen wir mal auf die Damentoilette. So, Licht ausmachen. Klar, machen wir doch dann. Graffiti. Ich glaube, hier möchte ich keine Frau aufs Klo gehen. Gut, gehen wir wieder raus. Hier kann man nichts machen. Dann gehen wir mal aufs Herrenklo. So. Hier, gleiche Graffiti nochmal. Da können wir auch reinschauen. Moment, habt ihr es gerade gesehen? Ich habe noch gerade einen Schatten. Ich schätze mal, das ist wichtig, dass das hier noch das Darkfall natürlich ein Rätselspiel ist. Das habe ich mir hier was zum Schreiben bereit gelegt. Denn ich bezweifle, dass mein Gedächtnis so gut ist und ich mir alles merken kann. Deshalb werde ich mir dieses Symbol plus das Wort einfach mal aufschreiben. Gut. Ja, vielleicht sollte ich mir dieses Symbol hier auch mal aufschreiben. Das habe ich jetzt schon viermal gesehen. Insgesamt an zwei verschiedenen Orten. So, dann gehen wir wieder raus. Einfach mal weiter. Da mal rein. Nee. Ah, da können wir uns was aus. Anschauen. Münzen. Unser erstes Item. Bahnsteigkarten. Ramponierte oder verbogene Münzen dürfen nicht verwendet werden. Bahnsteigkarten vor Betreten des Bahnsteigs muss eine Bahnsteigkarte gelöst werden. Die Karte muss beim Verlassen des Bahnsteigs abgegeben werden. Mhm. Ja, gut. Da geht's hoch. Gehen wir mal da rein. Können wir uns eine Karte anschauen. Great Western Railway. Da können wir nochmal zoomen. Mal schauen. Winchester. Ja, da muss ich jetzt gerade an Supernatural denken. Die Winchesters. Sam und die Winchesters. Oh, Wabik. Da muss ich jetzt übelst gerade an Leech of Legends denken. Der kleine Wolf. Ja, gut. Weiter. Das haben wir schon. Oh, hier können wir noch was anschauen. Aber das ist irgendwie kaum zu lesen. Abweilability, Verfügbarkeit. Und hier locker wahrscheinlich welcher Zug hier verfügbar ist. Der hier wurde gestoppt. Die hier drei sind hier okay. Okay. Das ist für einen stillgedeckten Bahnhof uninteressant. Da können wir uns hier noch was anschauen. Ah, hier. Eine neue Stellung. Von wegen. Eine Frechheit ist das. Die meinen, sie können einfach einen Bahnhof dicht machen und wir gehen alle fröhlich woanders hin. Ich bin seit 30 Jahren hier. Für manche ist das die Hälfte ihres Lebens. Und die anderen? Meine Jungs sind alle gefeuert worden. Was zum Teufel sollen sie machen? Die meisten haben Familie. Die Zeitungen sind schuld. Das sind Ungeheuer. Diese verschwundenen Menschen. Warum können sie sie nicht in Ruhe lassen? Die kommen nicht mehr zurück. Egal was alle sagen. Genau wie der arme Junge. Der wurde nie gefunden. Kurz dazwischen. Stopp mal. Ich denke der schreibt hier gerade von Timothy. Also welche Hoffnung haben dann die anderen? Ich nehme die neue Stellung an. Aber es wird nie wieder so sein wie früher. Für mich geht eine Ära zu Ende. Und für das ganze Dorf ebenfalls. Uns allen wird der Bahnhof fehlen. Und hoffentlich wird das alles in Vergessenheit versinken. Wenn sie ihn niedergerissen haben. Die haben das Gebäude mit hässlichem Eisen versiegelt. Sodass der Tag darin zur Nacht wird. Nun muss ich packen, die Türen zu sperren und Adieu sagen. Lebe wohl, Daten. Und viel Glück. Ja, Glück hatte er nicht. Sonst wären wir hier wahrscheinlich ja gar nicht. Da können wir noch was machen. Ah, das hier ist eine Ticketkarte. Dauerten First Class. Mhm. Aha. Ah, eine Mitteilung. Zu meinem Großen, glaube ich soll das heißen, bedauern, muss ich Ihnen leider mitteilen, dass dieser Regionalbahnhof am Ostersonntag stillgelegt wird. Nach ausgiebiger Prüfung kam man zu dem Ergebnis, dass die Haltestelle Dauerten finanziell zu unrentabel ist. Außerdem liest seit den Ereignissen im Bahnhofshitel die Zufriedenheit der Kunden merklich zu wünschen übrig. Lies, nicht liest. Dieser Sachverhalt wurde durch das ungesunde Interesse seitens der Presse nicht besser. Es ist unsere Hoffnung, dass andere Regionalbahnhöfe zumindest diejenigen unter Ihnen, die schon lange bei uns beschäftigt waren, einstellen werden. Und zeichnet... Ah, Henry, PS, Frohe Ostern. Ja, das sind ja Frohe Ostern, die werden alle entlassen, hey. Ui, eine Lampe. Ah, noch ein Gegenstand. Gut. Nachrichten Eine Belohnung von 4 Pounds wird für Informationen über die jüngste Sachbeschädigung auf dem Gelände neben dem Bahnhof Dauerten ausgesetzt. Schalthebel 001 und 005 wurden in der Nacht des 13. beschädigt. Dies ist ein ernstes Vergehen und muss so bald wie möglich aufgeklärt werden. Ja, ja. Die Polizei erbittet von der Bevölkerung und den Angestellten Hilfe bei der Durchsuchen beider Tunnels. Man hofft dort, irgendwelche Hinweise bezüglich des Verschwindens eines ortsansässigen Jungen zu finden. Timothy Pike 2 verschwand aus dem Dorf und geriet vielleicht aus Versehen in den Tunnel. Auch ich würde jegliche Hilfe begrüßen, also bitte meldet euch Jungs. Timothy ist jetzt zwei Jahre alt. Ha. Oh, dafür hat er aber eine ganz schöne Erwachsene, äh, naja, kindliche Stimme eher. Stopp, so Kleinkind. Nächstes. Wie Sie alle wissen, wird die Hauptstelle allmählich immer strenger, was die Finanzen betrifft. Ich weiß nicht warum. Darum bitte ich Sie, keine Gerüchte in die Welt zu setzen. Davon gibt es bereits reichlich. Unterschreiben Sie bitte alle das Gesuch, den alten Elektrizitätsbunker mit einem Wellblechdach auszustatten, da die Keramikziegel undicht sind. Aha. Weiter hier. Er bitte vom Hauptamtzuschuss für Reparaturen an der Fußgängerbrücke. Eine gründliche Inspektion dort ist längst überfällig. Sie könnte, wie uns oft gesagt wird, zu einer ernsthaften Gefahr werden. Na gut. Na. Ich kann das hier irgendwie nicht öffnen. Scheint ein Fehler zu sein. Jetzt haben wir schon drei Fehler gefunden. Das hier lässt sich nicht öffnen. Eine Zeile fehlte in einem Text. Und hier das Schafe-S. Bei Großen. Na gut. Mach ich hier weiter. Aktuelle Abrechnung eingetroffen. Der Rauchabzug im Warteraum muss gereinigt werden. Kein Feuer darf dort entzündet werden, bis dies erledigt ist. Ich werde Edith... 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 Das ist ja Englisch. Edith Paynefault fragen, ob sie im Dorf einen Kaminkehrer kennt. Sie ist die Pächterin des Hotels nebenan und eine unschätzbare Quelle solcher Informationen. Aha. Ist jemand von Ihnen, von Passagieren wegen der Toilette, der Toilette, auf dem Bahnsteig angesprochen worden? Eine sehr aufgebrachte Dame meinte, sie habe einen Voyeur, Voyeur, einen Reisenden, glaube ich mal, in eine der Kabinen gehen sehen. Sobald sie fertig war, eilte sie hinaus, um den Schurken zu beschimpfen, aber alle Kabinen waren leer. Naja. Dann haben wir hier alles, das war es auch irgendwie gerade, denke ich mal, in dieser Kabine. Dann gehen wir mal hier weiter. Ich schätze mal, das, was alles nicht ins Deutsch übersetzt wurde, ist auch irgendwie unwichtig. Ah, da können wir Telefon. Schraubenzieher. Ah, nichts Schraubenzieher. Werkzeugsymbol. Ah, Werkzeugsymbol. Ne. Ah, da kann man auch noch was machen. Vielleicht jetzt die Münzen. Ja. War's das? Hallo? Wir müssen in unsere room. Wir machen ein paar Arbeit, ein paar Arbeit in der Hotel. Wir werden wissen, was später später. Für heute, all du musst wissen, ist, dass du den Key findest. Du solltest ihn findest. Ich habe großartig in dir. Ich habe ihn in einem Teapot. Ja, in einem Teapot. Ich weiß, wo du siehst. Ein Teapot silver. Ich bin sicher, dass du ihn findest. Ich muss jetzt gehen, es ist hier. Ich muss jetzt gehen. Gut, das war es scheinbar. Also, das am Telefon, an diesem uralt Dingens hier. Das war gerade der Nigel, einer der Studenten. Und er hat mir erzählt, sie haben sich hier einen Raum im Hotel genommen. Und den Schlüssel dazu in einer silbernen Teekanne versteckt. Also, wir müssen jetzt nach einer silbernen Teekanne ausschalten.